Gibt es eine Grundrente, ohne dass man dafür gearbeitet haben muss? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im Zuge unserer Grundrentendiskussion hier in Deutschland kam auch das Beispiel des Rentenversicherungssystems der unseres Nachbarn Holland, Niederlande auf. Und da war es ganz interessant mal zu lesen, was die so alles an Altersruheleistungen anbieten. Und es ist tatsächlich so, es funktioniert in echt. Unsere Nachbarn bieten tatsächlich eine Grundrente oder sogar Mindestrente ohne Arbeitsleistung an. Und in den Niederlanden muss sich also sozusagen niemand davor fürchten, hier eine Gerechtigkeitsdiskussion abzulassen, wie sie gerade in Deutschland ist. Und es ist ganz interessant, wer zwischen dem 15. Lebensjahr und dem Rentenbeginn 65. Lebensjahr 50 Jahre in Holland gelebt hat, nicht gearbeitet, gelebt hat, hat Anspruch auf eine Grundrente von 1200 Euro und zwar jeden Monat. Und wenn man sich das mal vergleicht mit den Rentenansprüchen, die im Schnitt in Deutschland für 18 Millionen Rentner bezahlt werden, liegt die Grundrente sogar noch um 50 Euro höher. In Deutschland haben wir eine Durchschnittsrente von ca. 1150 Euro im Altersrentenbestand. Hier in Deutschland sind wir ja gerade in der Diskussion zum Thema Grundrente und Einführung der Grundrente. Und das ganze Thema ist ja noch offen. Und letzten Endes sagen wir hier im deutschen Rentenversicherungssystem, wer nichts eingezahlt hat, kriegt auch keine Rente. Und dahinter steht dieses sogenannte, wir nennen es Äquivalenzprinzip, Leistungsprinzip. Und genau aus diesem Grund gibt es ja solche großen Differenzen zwischen der CDU, CSU und der SPD mit der Einführung dieser Grundrente. Also, ein Blick auf den Nachbarn geworfen, dort gibt es eine Grundrente ohne Arbeit. Und die OECD sagt, Holland hat das beste Rentenversicherungssystem der Welt. Näheres zum Thema Grundrente und holländisches Rentenversicherungssystem finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Näheres zum Thema Grundrente